So, jetzt, also der nächste Titel, das war, ich war glaube ich 17 Jahre alt, als ich das erste Mal dieses Lied gesungen habe im Studio und dann sah ich den Text und hab gedacht, ich hatte ja überhaupt keine Ahnung, ich hatte wirklich keine Ahnung. Das war halt so Zweierbeziehung und ich dachte, was soll das? Und heute ist dieses Lied wirklich mein Lieblings-Lied, das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein absoluter Profi in dieser Thematik mittlerweile bin, dreimal geschieden. Was willst du machen? Hier kommt, ich sterbe nicht nochmal. Bitteschön! Und jetzt kriegen wir mal ab hier. Okay, jetzt könnt ihr euch ausprobieren. Komm, reich für mich, denn du brauchst nicht tief, zwischen Tür und Angel zu stehen, abschließ dein offenes Kleid. Und zieh mich nicht an, wie im Liebes-Roman, ich verspür keinen Hunger nach dir. Meine Liebe, zu dir ist hervor, zum ewigen Eid. Aber jetzt! Aber jetzt! Aber jetzt! Und 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 jetzt! Dann! Und jetzt! Und jetzt! Klasse, sehr schön. Danke. Ich muss erst mal das Grinsen wieder aus dem Gesicht kriegen.